Wie kommt Tanja dazu, Theresa zu Ohrfeigen? Das macht ihr doch nicht einfach so. Tanja liebt dich. Begreifst du das nicht? Weißt du, es ist ganz egal, wie hart du jetzt tust. Ich hab's gesehen. Du kannst einfühlsam sein. Ich bin so dumm. Ich hätte das Jakob-Mutter-Angebot annehmen sollen. Ich habe zehn Jahre lang gewartet, etwas über Jan und Julia zu erfahren. Ich wünsche mir nichts mehr, als mich mit Julia auszusöhnen. Aber das schaffe ich nicht alleine. Wenn es nur an mir liegt, dann sollst du die Chance haben, mit Julia zu reden. Alles Müll. Das sind ja auch nur die ersten Ideen. Nein, die Clarisse ist keine Modeschule, wo du dich ausprobieren kannst. Ich will professionelle Arbeit sehen, und zwar vom ersten Tag an. Wir lassen hier eine alte Erfolgsgeschichte wieder aufleben. Ich will neue Entwürfe. Bis morgen. Bis morgen? Hast du mal auf die Uhr geschaut? Schieb doch woanders eine reuge Kugel, wenn du dich überfordert fühlst. Becker, ich biete dir hier eine Chance. Nutz sie. Danke. Das war's für heute. Es gibt Menschen, die sich mit dem Zweitbesten zufrieden geben. Ich habe nie dazu gehört. Schwarz oder weiß, gewinnen oder verlieren. Dazwischen gibt's nichts. Hab ich's mir doch gedacht. Du arbeitest noch. Ich habe uns was zu essen mitgebracht. Keine Sorge, du hast zwar im Gremium gegen mich gestimmt, aber ich lasse dich trotzdem nicht verhungern. Weißt du was, Sebastian? Spar dir doch deine Schamoffensive für Lydia, ja? Nur weil ich mit Lydia in losem Kontakt stehe, heißt das doch nicht, dass sich zwischen uns irgendwas ändert. Ich habe lang genug auf der Ersatzbank gesessen. Die Zeiten sind vorbei. Tanja, Lydia und ich sind geschieden. Ich bin hier in Düsseldorf bei dir und dem Baby. Was für ein Zeichen brauchst du noch? Auch wenn die Brücke aus Gold ist, solange du nicht die Einzige bist, die sie überquert, ist sie nichts wert. Keine Ahnung. Überrasch mich. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Papa, was soll das? Ich merke doch, wie angespannt du bist. Was ist mit Clarissa und dem Flugzeugabsturz? Also, deine Mutter. Clarissa ist nicht... Ja, warte, warte einen Moment. Merk dir, was du sagen wolltest. Mendes? Ja? Moment, was für Daten? Und wofür? Nein, das habe ich nicht gewusst. Ja, okay, ich kümmere mich darum. Dankeschön. Wiederhören. Das war die Flugschule. Habt ihr Timo jetzt doch angemeldet? Nein, das hat er offenbar selbst erledigt. Wo willst du hin? Ich fahre ins Zentrum und mache ihm die Hölle heiße. Und sag jetzt bitte nicht, er will doch so gerne Pilot werden. Das ist nämlich noch lange kein Grund, uns so zu hintergehen. Willst du dich in diesem Zustand ans Steuer setzen? Ja, klar. Warum denn nicht? Ja, da bin ich sehr gespannt, was dein Wagen dazu sagt, wenn du ihn mit der Zange anlassen willst. Hey, meine Schöne, aufwachen. Können wir nicht für immer hierbleiben? Ja, gute Idee. Du sammels Beeren und Pilze. Ich gehe auf die Jagd. Ich überlege mir das nochmal. Ja, mir dachte ich gerade, dass das jetzt Waldleben wie geschaffen ist. Obwohl, auf Dauer wurde dir das wohl ein bisschen langweilig, so ganz ohne Reporter. Da bringst du mich auf eine Idee. Was hast du vor? Fotos. Aber ganz privat. Damit wir wenigstens ein paar Erinnerungen haben, werden wir uns nach der nächsten Gremiumssitzung direkt zum Scheidungsanwalt aufmachen. Oh, begleitet von Fotografen. Ohne Schlagzeilen lohnt sich das Ganze ja nicht. Dann müssen wir aber noch ein paar Gerüchte streuen, damit sie überhaupt was zu schreiben haben. Oder wir versuchen es mit der Wahrheit. Marlene von Lahnstein zurück. Noch schöner und stimmengewaltiger als je zuvor. Die Wunderheilung eines Musical-Stars. Ich bin wirklich froh, dass ich auf dich gehört habe. Diese Ärzte hätten mich sonst nur mit Medikamenten vollgepumpt. Aber ist das ja die allerbeste Medizin? Ja, genau. Das hört jetzt einfach immer auf mich. Das hättest du wohl gerne. Ja, das hätte ich gerne. Das hättest du wohl gerne. Ich hatte gehofft, die Wölfe und Bären hätten dich gefressen. Also wenn, dann esse ich die Bären. Blaubeeren, Brombeeren. Aufregend. Ach, Tanja, du weißt überhaupt nicht, wie schön das hier ist. Gibt es irgendetwas Wichtiges? Ja. Weißt du zufällig, wo Tristan steckt? Nein. Und es interessiert mich auch nicht. Oh. Also falls Sebastian der Grund für deine Bombenstimmung ist, sollte er dann nicht eher auf dich sauer sein? Falls Dubai für uns in Frage kommt, kann ich das Projekt auch durchsetzen. Garantiert. Wissen Sie was? Mailen Sie mir doch schon mal die Eckdaten und die Gewinnaussichten. Danke. Da scheint sich ja jemand seiner Sache ziemlich sicher zu sein. Das scheint mich nur so. Das ist auch so. Sei einfach lieber nett zu Sebastian. Sonst hast du nämlich gar niemanden mehr. Also nur, falls ich mich in naher Zukunft aus dieser Freundschaft verabschiede. Keine Sorge. Ich hab was, was er unbedingt haben will. Du rechnest mit Tanjas Stimme? Die Mall in Dubai ist ein Millionengeschäft. Und Tanja führt nun mal die Immobiliensparte der Firma. Ja. Aber der Vorschlag kommt von dir. Eben. Muss ich das jetzt irgendwie verstehen? Du weißt doch. Sie liebt mich. Aber das wird er nicht erfahren. Auch nicht von dir. Oder hast du es schon weiter getratscht? Nein, natürlich nicht. Ich misch mich doch da nicht ein. Marlene, ich warn dich. Puh. Jetzt hab ich aber Angst. Das solltest du auch haben. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass Sebastian denkt, er hätte irgendwas gegen mich in der Hand. Na ja. Er bekommt ein Kind zusammen. Sowas verbindet doch irgendwie, oder? Na ja. Nicht so wie die wahre Liebe. Er trauert Lydia hinterher. Tanja ist allen Ernstes eifersüchtig? Auf Lydia? Ich glaub schon. Sie will jedenfalls, dass ich mir was einfallen lasse. Damit sie auch merkt, wie viel mir wirklich an ihr liegt. Du spielst mit ihren Gefühlen. Was glaubst du, was passiert, wenn sie das rausfindet? Keine Sorge. Sie wird mir alles abkaufen, was ich ihr erzähle. Und? Ich weiß auch schon wie. Oh, ich muss Schluss machen. Hagen ist zurück. Okay, ich spare mir die Einzelheiten. Und ansonsten hältst du auch die Klappe. Verstanden? Ja. Alles klar, schon gut. Tschüss. Hey. Wer war das? Tanja. Schöne Grüße. Oh, ich mach jetzt mal Frühstück. Im Zentrum war er nicht. Heute Nacht war er auch nicht zu Hause. Emilio weiß angeblich auch nichts. Ich möchte wissen, wozu er sich jetzt schon wieder rumtreibt. Wahrscheinlich nimmt er gerade seine erste Flugstunde. Ist was? Wir wollten uns eigentlich mal deine neue Flugschule ansehen. Wie jetzt? Habe ich... Habe ich was verpasst? Du nicht, aber wir vielleicht. Willst du uns vielleicht irgendwas sagen? Spionierst du mir nach? Du, das war gar nicht nötig. Deine Flugschule hat angerufen, weil die noch ein paar Daten von dir brauchen. Wie haben die dich eigentlich aufgenommen? So ganz ohne unsere Zustimmung. Du hast doch nicht etwa unsere Unterschriften gefälscht. Was sollte ich denn machen? Na, vielleicht mit uns reden? Du machst immer sofort dicht, wenn ich vom Fliegen erzähle. Ich kann doch nichts dafür, dass deine Mutter beim Flugzeugabsturz gestorben ist. Woher hast du überhaupt das Geld? Geliehen von einem Freund. Ein paar tausend Euro. Was ist das für ein Freund? Kennt ihr nicht? Ist doch egal. Den will ich kennenlernen. Vergiss es! Weißt du etwa, von wem er das Geld hat? Der Junge weiß, was er will. Das hat er von dir. Kann er nicht einfach mal wollen, was seine Mutter will? Was wolltest du mir eigentlich gestern sagen? Nichts weiter. Hier. Danke, Justus. Den Rest schaffe ich allein. Selbstverständlich, Grafenabendstand. Was soll denn das werden? Du wolltest doch, dass ich dich überrasche. Hat bis jetzt nicht geklappt. Was wird es denn, wenn es fertig ist? Abwarten. Ach, der letzte Spaziergang, bevor wir wieder in die Zivilisation zurück müssen. Das klingt ja fast wehmütig. Ja. Genau so hätte ich mir unsere Hochzeitsreise immer vorgestellt. In einer einsamen Hütte im Wald? Nein, natürlich nicht. Aber so nur wir beide. Keiner, der uns stört. Weißt du, ich finde, wir sollten die Zeit miteinander wieder mehr genießen. Spaß haben, reisen und uns nicht ganz so von der Familie vereinnahmen lassen. Stimmt. Vielleicht sind wir ja irgendwann nicht mehr nur für uns. Du wünschst dir einen Hund. Ich dachte da eigentlich an was anderes. Du meinst, wir beide... Warum nicht? Würde uns doch gut stehen, so ein kleiner Franz. Ja. Aber meinst du nicht, es ist ein bisschen früh? Ich weiß ja, dass du erst mal arbeiten willst. Aber irgendwann? Ein kleines Mädchen, das aussieht wie du? Oder ein kleiner Junge, der aussieht wie du? Ich würde mit ihm zum Fußball gehen. Und ich würde euch einen Picknickkorb machen. Mit unserer Tochter am Spielrand sitzen und applaudieren. Wie eine richtige Spielabfrau. Und an den Wochenenden fahren wir mit unseren Kindern hierher, in diese Hütte. Grillen, gehen schwimmen. Deine Eltern wollen ausflippen. Wir würden die Kinder überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Aber dann hätten wir die Wochenenden wieder für uns. Sag mal, kannst du dir das gar nicht vorstellen? Mit meiner... meiner Familie? Mit mir? Mit dir kann ich mir alles vorstellen. Was wird das, ein Vogelkäfig? Sehr witzig. Willst du jetzt eigenhändig ein kleines Nestchen bauen? Warum denn nicht? Wie der Papa aus der Neubausiedlung. Wie süß. Du glaubst nicht, dass ich mein Kind auch nur eine Sekunde da reinlege? Jetzt warte doch bitte erst mal ab, bis es fertig ist. Ja, wenn du so weitermachst, dann wird das nichts. Dann hör doch bitte einfach auf, mir auf die Nerven zu gehen. Okay. 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 Und? Haben wir doch gut gemacht. Ja? Wie gefällt dir denn meine Überraschung? Hauptsache, du schaffst es das nächste Mal auch ohne meine Hilfe. Darf ich? Oh, ja klar. Ich kann etwas ablenken und gut gebrochen. Momentan geht das so gar nicht voran. Ich hatte gehofft, dass mich Ihre Gäste bei meinen Entwürfen ein wenig inspirieren. Aha. Ich versuche vergeblich, Nico zu erreichen. Ich dachte, es gibt vielleicht etwas Neues über Philipp. Sein Zustand ist immer noch unverändert. Ich frage mich, wie lange Nico das noch durchhält. Ich meine, sie weicht ihm keine einzige Sekunde mehr von der Seite. Oh, Nico ist stark. Ich bin mir sicher, sie gibt auch Philipp die Kraft, das durchzustehen. Aber ich will sie jetzt auch nicht länger aufhalten. Ach, Quatsch. Mir fällt gerade sowieso nichts ein. Sieht aber doch schon toll aus. Darf ich? Ja. Ich bin ein neugieriger Mensch. Ja, das sind die Würfe für Linie Clarisse. Tanja will das Label wieder ganz nach vorne bringen. Ach, das überrascht mich aber. Warum? Clarissa von Anstetten. Die Gründerin des Labels war die Erzfeindin von Tanja. Als Tanja das Unternehmen gekauft hat, war ich mir sicher, sie tut das nur, um es endgültig zu zerschlagen. Nein, auf gar keinen Fall. Sie steckt unheimlich viel Energie in den Wiederaufbau. Und Linie, Clarisse hatte mal einen sehr guten Ruf. Und Sie arbeiten jetzt als Designerin für Tanja. Ja, das ist eine Riesenchance. Und Tanja will heute noch die neuen Entwürfe sehen, ansonsten bin ich raus. Dann hat dich die Arbeit gut gepackt, oder bist du von Tanja von Anstetten gefeuert worden? Im Gegenteil. Ich habe endlich mal die Chance zu beweisen, dass ich mehr kann, als nur Kaffee kochen und noch was kopieren. Okay. Dann lass ich dich damit mal in Ruhe, ne? Warte. Sag mal, wie fühlst du denn diese Teile hier? Nicht so mein Stil. Zugeknöpft, altbacken und sexy und cool? Professionelle Business-Mode eben. Wer will denn sowas schon tragen? Das Besondere an Linie, Clarisse, war für mich immer die Eleganz, die zeitlose Schönheit. Hat man damit heute noch ein jüngeres Publikum anspricht? Clarisse ist das immer spielend gelungen. Egal mit welchen Mitteln. Wie meinen Sie das? Sie hat sogar das Unglück ihrer Kinder für eine Werbekampagne missbraucht. Jan und Julia, die beiden waren Zwillinge. Sie sind nicht zusammen aufgewachsen, haben das viel zu spät erfahren. Sieht eher aus wie ein Liebespaar, hm? Frau Schneider hat mir die Geschichte erzählt. Sie wurden kurz nach der Geburt getrennt. Und als Sie sich dann begegnet sind, haben Sie sich unsterblich ineinander verliebt. Stimmt, da war was. Skandal bei denen von Anstettens. Das war damals überall in der Presse. Das stand in der Zeitung? Krass. Jan hat noch versucht, dem Fotografen das Bild abzunehmen. Als er zurückkam, war Julia wie vom Erdboden verschwunden. Aber Clarisse hat das Bild und die Geschichte der beiden benutzt, um ein neu kreiertes Parfum auf dem Markt zu etablieren. Das wurde dann auch der große Renner. Gott, wie geschmacklos. So war es nur nicht mal eine gelungene Pressearbeit. Also ich würde das erst grubellos nennen. Na ja, so kommt man wenigstens weiter. Sag mal, sollten wir nicht langsam mal über einen Namen nachdenken? Für unser Kind. Ich dachte an Edelgard oder Siegfried. Ist vielleicht ein bisschen lang. Wie wär's denn mit Horst oder Erna? Hast du eigentlich mit Lydia gemeinsam den Namen für ihr Kind ausgesucht? Oder hast du das Ansgar überlassen? Tanja. Was machst du hier gerade? Eine feile Familie? Ich will doch nur, dass wir ganz normal miteinander umgehen. Sei einfach fürs Kind da. Mehr erwarte ich nicht von dir. Und falls du darauf spekulierst, dass ich dich bei der nächsten Gremiumssitzung unterstütze, keine Extraleistung mehr. Gar keine? Ich bin nicht dein ewiger Trostpreis. Warum hast du es ihr immer noch nicht gesagt? Ach, Clarissa. Es war einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und wie soll der aussehen? Es wird immer ein Schock für Sie sein. Na, ganz bestimmt. Vor allen Dingen, wenn du deine Absichten auf eigene Faust verfolgst. Was soll das heißen? Dann guck du doch nicht so. Timo, die Flugschule. Der Junge hat für die Anmeldung die Unterschrift seiner Mutter gefälscht. Das wusste ich nicht. Natürlich nicht. Die Folgen deiner Handlungsweise, die waren dir schon immer gleichgültig. Timo ist mein Enkel. Ich wollte ihm einen Gefeind tun. Er ist bis jetzt sehr gut ohne dich klargekommen. Wieso leistest du dem Jungen Geld? Ich meine, der Junge geht noch zur Schule. Wie soll er dir was zurückzahlen? Wer da mal Pilot geworden ist, wer dich auf ihn zurückkommt, da findet sie schon eine Möglichkeit. Ja, das genau ist dein Stil. Menschen in Abhängigkeit von dir zu bringen. Und irgendwann sind sie dir einmal etwas schuldig. Ich würde Timo niemals benutzen oder manipulieren. Egal, wo das Geld herkommt. Pilot ist doch ein ehrenwerter Beruf. Ich weiß gar nicht, was Julia dagegen hat. Das kann ich dir genau sagen. Sie glaubt nämlich, dass du bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen bist. Ja, das richte ich aus. Wiederhören. Ach, Herr von Lahnstein. Möchten Sie Ihre Post gleich mitnehmen, oder soll ich Sie... Ach, Frau Wolf, eine Frage noch. Ist eigentlich immer zu rächen, dass sich Ihre Tochter noch mal irgendwann in dieser Firma sehen lässt? Ich bin mir nicht sicher... Also, um irgendwelchen Missverständnissen gleich vorzubeugen. Ich muss nur wissen, ob sie die Stelle als meine Assistentin annimmt. Sonst suche ich mir jemanden anders. Äh, sie ist noch im Urlaub. Ich richte das aus. Hanska, ich habe was für dich. Einen Brief an den frischgebackenen Papa. Woher hast du den? Der ist ganz zufällig in meine Post gerutscht. Nett, dass du ihn trotzdem geöffnet hast. Guck doch mal, die dicken Backen und das falsche Grinsen hat er von dir. Ähm, hast du dich eigentlich mal gefragt, warum Lydia mit ihrem Baby bis ans andere Ende der Welt geflogen ist? Tanja, hast du eigentlich nichts anderes zu tun? Nein, aber es ist doch schon komisch, dass man als Mutter denkt, man müsse sein Kind von dir fernhalten. Nur damit darauf anspielen, dass Lydia mir unser Kind vorenthalten will. Nein, aber das kommt schon noch. Du wirst ja nicht allen Ernstes Lydia mit dir vergleichen, oder? Eine Frau, die ihr eigenes Kind entführt. Ich hätte damals alles getan, um Hannes von dir fernzuhalten. Das habe ich gemerkt. Du hast meinen Sohn in Lebensgefahr gebracht, dein eigenes Kind. Hast du irgendwelche Probleme? Ich nicht, Sebastian, aber ich glaube, du hast ein Problem. Du hast dich auf sie eingelassen. Sag mal, mein Schatz, hattest du zufällig vor, nach den paar Tagen im Wald hier noch nach Monaco durchzustarten? Wieso? Das sind alles total nützliche Dinge. Woher sollte ich denn wissen, was ich in den nächsten Tagen anziehen möchte? Möchtest du das an, was da ist? Weil man im Reinstall arbeitet schon. So, und jetzt möchte ich noch eine Erinnerung. Die kannst du haben. Fahren wir bald wieder hierher? So oft du möchtest. Nein, aber ohne Koffer. Am liebsten habe ich es sich nämlich, wenn du... Dann haben Sie ja alle Infos, Ihr Pflock. Das wird einer der besten Artikel in der Glanz und Gloria. Die neue Generation der von Lahnstein-Frauen. Ihr Leben, ihre Leidenschaften. In der nicht noch einmal jedes kleine Detail extra breit getrieben werden muss. Aber Sie wissen doch, wie das läuft. Wenn Sie mir was an die Hand geben, dann zeige ich Marlene von Lahnstein von ihrer besten Seite. Vielleicht lässt sich das Interview mit Marlene heute noch arrangieren. Mal schauen. Hat der Pflock Ihnen schon gebeichtet, dass er ein großer Bewunderer von Ihnen ist? Lachen Sie doch mal einen Blick ins Neue. Nicht. Oh ja, das versuche ich immer zu überhören. Hallo. Sebastian. Und? Wie läuft es mit dir und Tanja? Hat dein Trick 17 funktioniert und sie ist liebestrunken und deine Arme getockelt? Noch nicht. Aber bald. Sebastian. Wenn ich Tanja verliere, verliere ich ja unser Kind. Und zwar für immer. Wie kommst du denn darauf? Weil... Ich kenne sie. Das ist alles. Und ich habe schon mal eine Tochter verloren. Da will ich nicht nochmal durch. Wo sind deine? Das sind meine. Es gab doch damals diese Parfümkampagne. Und Frau Stiel, Sie sind hier, um Protokoll zu führen. Das war's. Egal, was du dir noch alles einfallen lässt, Tanja ist unberechenbar. Vergiss das nicht. Sie hat aber auch eine schwache Seite. Und die kenne ich. Das ist ja interessant. Was ist denn los? Die Glanz und Gloria hat einen Artikel veröffentlicht. Über Tanja. Geht es um die neue Reihe über die Lahnsteinfrau? Dann hoffe ich für den Rest der Familie, dass es die letzte Folge dieser Reihe ist. Tanja von Lahnstein. Brutmaschine und Maitress des Clans. Tanja von Lahnstein ist wieder schwanger. Diesmal von dem fünf Jahre jüngeren Sebastian von Lahnstein. Der Staranwalt hat einen guten Ruf. Wird er sie zu einer ehrbaren Frau machen? Oder darf man gespannt sein, welcher von Lahnstein sich als nächstes seine Nachkommenschaft sichern lässt? Wer auch immer diesen Mist verzapft hat, den verklage ich. Der kriegt kein Bein mehr auf den Boden. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht der Einzige, der die Presse für sich arbeiten lässt. Krass. Wollten Sie irgendwas sagen? Nein. Ich glaube nicht, dass Sie das sehen wollen. Alle Vorschläge sind absolut unbrauchbar. Ich glaube, ihr habt nicht richtig verstanden, was hier auf dem Spiel steht. Raus. Ich sagte raus! Kannst du mir kurz mit der Kiste helfen? Timo? Ich will nicht drüber reden. Komm, ich mache mir doch nur Sorgen. Ich will nicht, dass du in irgendwelche krummen Geschäfte reinrutschen. Das geht um 6.000 Euro. Das ist alles völlig legal. Dann kannst du mir auch sagen, weil dir das Geld gegeben hat. Vielleicht ist da für mich auch noch was drin. Es ist nur geliehen. Das habe ich dir schon gesagt. Ich will trotzdem in Ruhe mit dir darüber reden, bitte. Später vielleicht. Ich muss los. Wo willst du schon wieder hin? Okay, ich sage Justus Bescheid. Lass mal, ich mache das schon alleine. Paul, dass du auch in Licht kommst. Hi. Dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Ja, dann können wir ja gleich. Ach, wie jetzt? Schon zwei Gäste, wir arbeiten an deiner Karriere. Und da hat es gerade einen heftigen Rückschlag gegeben. Jetzt lass uns doch erst mal ankommen. Wir haben schon genug Zeit verloren. Ja, dann kommt es auf eine Stunde mehr oder weniger auch nicht an, ne? Ich habe hier Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit es mit Marlenes Karriere überhaupt irgendwie weitergeht, während ihr zwar einfach abgetaucht seid. Du hast doch gewusst, wo wir waren. Und warum? Aber bestimmt nicht, dass ihr euch die ganze Zeit überhaupt nicht meldet! Ja, wir hatten eben Besseres zu tun, als zu telefonieren. Und deshalb die Handys aus. Okay, worum geht es hier wirklich? Du drehst doch sonst nicht so schnell durch. Philippe, er ist ins Koma gefallen. Was? Ja, Gehirnblutung. Sein Zustand ist kritisch. Nico hat ihn zu einer Spezialisten nach München gebracht. Sie haben nicht viel Hoffnung. Okay, wofür hast du mich heute eingeplant? Ricky Flock hat ein Exklusivinterview für die Glanz und Gloria angefragt. Am besten heute noch. Dann sag ihm am besten schon mal, dass man ihn da auf dem Weg ist, ne? Willkommen in der Wirklichkeit. Hallo Timo! Schön, dass du so schnell kommen konntest. Frau Schwarz, wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Ich muss Ihnen unbedingt von der Flugschule erzählen. Ich bin schon angemeldet. Ja, darüber wollte ich mit dir reden. Es ist mir nun leider doch nicht möglich, dir das Geld zu geben. Es tut mir wirklich furchtbar leid. Tja. Trotzdem, trotzdem danke. Ich meine, es war ja wahnsinnig großzügig von Ihnen, dass Sie mir überhaupt so viel Kohle geben wollten. Kannst du denn außer mir niemanden fragen? Hast du deinen Eltern erzählt, dass ich dir das Geld geben will? Meine Mutter hat gefragt, aber ich habe nichts gesagt. Das ist doch besser so. Sie soll sich keine unnötigen Sorgen machen. Klar. Trotzdem danke. Ich möchte diese Musik mehr anstellen. Wie ist das? Ich mache das für diese Musik mehr. Genau. Ich mache das! Ich mache das an. Ich mache das. 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 Marlene! Ihr seid wieder zurück? Sebastian, hey. Ja, ich war lange genug untergetaucht. Tristan hat mir schon die Hölle heiß gemacht. Wir haben gerade erfahren, was mit Philipp passiert ist. Ja, ja. Sieht ganz so aus, als ob hier im Moment alles aus dem Ruder läuft. Alles? Was denn noch? Ach, ich... ich mache mir Sorgen um Tanja. Um Tanja? Warum denn? Ach, du weißt es noch gar nicht. Nein! Die Presse hat sie durch den Dreck gezogen, die als Mätresse beschimpft. Wieso das denn? Keine Ahnung. Geschäftsschädigung? Um unsere Beziehung als Affäre runterzuspielen? Du kennst das doch. Aber ist denn da was dran? Selbst wenn. Sobald man es nur ansatzweise ehrlich mit ihr meint, kriegt sie doch sofort kalte Füße. Ich glaube, Tanja wäre gar nicht so entsetzt, wie du glaubst. Aber was sie dir erzählt und was sie mir dann gegenüber zugeben will, das sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Du kennst sie doch. Allerdings. Ist sie hier? Ich gehe mal nach ihr sehen. Ja, ich glaube schon. Okay. Aber kein Wort darüber, was ich dir jetzt gesagt habe. Was hast du mir denn gerade gesagt? Hm. Also manchmal frage ich mich wirklich, wer von euch beiden den größeren Vogel hat. Ja. 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 Ich würde gerne noch was mit meinem Sohn zu tun haben. Hat er die 6.000 Euro von ihm? Hallo? Ich rede mit Ihnen. Warum lassen Sie wechseln? Könnt ihr nicht aufpassen? Panja, hey. Da bist du ja. Ich habe dich schon gesucht. Ach, mir bleibt doch nichts ersperrt. Ich muss dir dringend was erzählen. Ich habe aber gerade keinen Nerv auf deine Urlaubsimpression, hm? Da entgeht dir aber was. Aber ich verstehe dich. Und, wie machen wir jetzt diesen verdammten Journalisten fertig? Vielleicht kannst du ihm was vorsingen. Verzeih ich dir jedenfalls auf eine Gegendarstellung. Das kocht die ganze Sache nur noch unnötig hoch. Verstehe. Da spricht die Expertin. Ja. Mit schlechter Presse kenne ich mich aus. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, wie dein Ruf wieder herzustellen ist. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Sebastian muss dich heiraten. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Wieso? Er bekommt ein Kind zusammen. Du liebst ihn, er liebt mich. Äh, seit wann? Ups. Ich hätte eigentlich gar nichts sagen dürfen, weil er meint, dass du ihm sowieso nicht glaubst. Schön, dass ihr beide so einen entspannten Austausch miteinander habt. Vielleicht solltet ihr zwei heiraten. Du hast ihm was gesagt. Was du für ihn empfindest? Nein, niemals. Aber vielleicht solltet ihr beide ja mal über eure Gefühle sprechen. Marlene, ich schwöre dir, irgendwann, irgendwann bringe ich dich um. Danke schön. Bitte. Scheint nichts Gutes zu sein, worüber du gerade nachgrübelst. Hagen! Ja, es geht um Tanja. Ich kann machen, was ich will. Ihr gefallen einfach meine Entwürfe nicht. Und mich persönlich. Wenn sie gleich die ersten Entwürfe von dir kauft, könnte man denken, sie sei nicht wählerisch. Das ist ja auch nicht das Problem, aber... Ach, vergiss es. Erzähl mir lieber, wie es mit Marlene auf der Jagdhütte war. Dann fing die Panik an, so ganz ohne Lockenstab und Maniküre. Oh, da spricht wohl jemand aus Erfahrung, Schwesterleine. Es war unglaublich romantisch. Nur wir beide. Und eure Freizeit habt ihr dann in einem Fünf-Sterne-Hotel verbracht bei Wellness und Champagner. Wir haben es einfach genossen, nur für uns zu sein. Das hätte ich Marlene gar nicht zugetraut. Wir haben sogar beschlossen, den nächsten Schritt zu wagen. Gemeinsames Wandern? Genau, dann aber zu dritt. Mindestens. Was? Oh Gott, das ist ja großartig! Herzlichen Glückwunsch! Was sagt man dazu? Wir werden Tanten! Hurra! Madonna! Ja, ich will auch nicht länger stören. Wir sehen uns mal später noch im Gestüt. Ich freue mich so für euch. Und dann war sie plötzlich verschwunden. Du konntest also nicht verstehen, was die beiden geredet haben? Nein, ich stand zu weit weg. Gesicht? Frisur? Irgendwas? Sie hatte einen Hut auf. Und als ich sie angesprochen habe, hat sie nicht reagiert. Und du bist sicher, dass ausgerechnet diese Frau Timo das Geld gegeben hat? Du hättest sie mal sehen sollen. Und dann waren die auch noch so vertraut miteinander. Sie hat ihn fast umarmt. Na ja, Timo ist ein gut aussehender junger Mann. Riccardo! Julia, ich bitte dich. Doch nicht unser Sohn. Jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Ich weiß nicht. Bestimmt gibt es für alles eine ganz einfache Erklärung. Ich habe einfach kein gutes Gefühl bei dieser Frau. Wie geht's dir? Fragst du das die Maitresse oder die Brutmaschine? Wenn du willst, dann leite ich rechtliche Schritte gegen diesen Flock ein. Dann war dieser Artikel das Ende seiner Karriere. Nein, lass mir die Sache einfach auf sich beruhen. Ich will von dir wissen, was du mit Marlene besprochen hast. Ich glaube, das weißt du schon. Sag mal, ist das jetzt so eine Art Gegenoffensive, um von deinen Gefühlen für Lydia abzulenken? Sag mal, wann genau hast du eigentlich angefangen, so eifersüchtig zu sein? Ich bin... Ich... Quatsch! Ich möchte einfach nur ganz gern wissen, woran ich bin. Ich glaube ja eher, dass du Angst davor hast, weil du nicht weißt, wie du damit umgehen würdest. Womit? Mit Liebe. Weißt du es denn? Nach meiner Erfahrung mit Lydia nicht so genau, nein. Das macht sich einfacher, oder? Aber ich würde alles nochmal auf eine Karte setzen. Wenn du dazu bereit bist. Ist das jetzt mal wieder ein Antrag von dir? Du willst doch immer, dass ich dir meine Loyalität beweise. Damit du meinen Gefühlen vertrauen kannst. Das gleiche will ich auch. Aber du bist leider nicht sehr gut da drin. Und ähm, was erwartest du jetzt von mir? Keine Ahnung. Überrasch mich. Du weißt also auch nicht, wie lange Kim noch wegbleiben wird. Aber ich wollte eh nochmal versuchen, sie anzurufen gleich. Damit wird es zu deiner Mutter und mir einen großen Gefallen tun. Langsam machen wir uns wirklich Sorgen. Hagen, schon wieder zurück. Wo ist Marlene? Sie hat gerade einen Termin mit der Presse. Wir sind vorhin erst angekommen. Oh. Kaum zurück. Schon stürzte sie sich wieder in die Arbeit. Das hat sie von mir. So. Ich muss los. Tschüss mein Schatz. Tschüss Papa. Hagen. Sie sind blind in der Auswahl von Lahnstein. Vielen Dank. Schön, dass Sie hier sind, Herr Pflok. Marlene hat sich eine kurze Auszeit genommen, um Ihre Stimme zu regenerieren. Jetzt ist sie wieder voll einsatzbereit. Ach. Heißt das, dass Sie sich weiterhin darauf vorbereiten, die Titelpartie in Lilio Rose zu übernehmen? Ja. Und ich freue mich auch schon sehr auf die Herausforderung. Dana, das wegen eben meiner Küche. Ich bin mein ganzes Leben lang weggerannt. Vor der Verantwortung. Auch von mir selber. Hagen. Du musst dich nicht von mir rechtfertigen. Ich will aber nicht, dass du irgendetwas falsch verstehst. Dass mit uns beiden... Ist kein Problem. Vergiss es einfach. Ich bin froh, dass es zwischen Marlene und dir wieder so gut läuft. Und dass ihr eure Probleme endlich wieder im Griff habt. Wie hat denn Ihr Mann auf Ihre angebliche Affäre mit Ihrem Manager reagiert? Mein Mann vertraut mir. Und er weiß, dass es nie eine Affäre gegeben hat. Wir sind so verliebt wie am ersten Tag. Das freut unsere Leser bestimmt. Klingt fast so, als hätten Sie mit Hagen von Lahnstein das ganz Große losgezogen. Ja, das habe ich. Mein Mann ist wirklich sehr stolz auf mich und unterstützt mich wirklich auf der ganzen Linie. Das kann ich nur bestätigen. Unsere Leser interessieren sich natürlich auch dafür, wie es privat bei Ihnen weitergeht. Jetzt, wo Sie geheiratet haben, ist denn da vielleicht auch schon der Familienzuwachs geplant? Das mit dem Kinderwunsch. Ich hätte es dir gerne in einem anderen Rahmen erzählt. Ich weiß auch nicht. Ich hatte da draußen plötzlich das Gefühl, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Nach allem, was hinter uns liegt. Hagen, du bist mit meiner Schwester verheiratet. Egal, welche Entscheidung du triffst, es geht mich nichts an, verdammt noch mal! Du hast so viel zu geben. Du wirst bestimmt ein ganz toller Vater. Ja, natürlich wünsche ich mir Kinder. Das tut auch jede Frau, oder? Marlene ist noch sehr jung. In den nächsten Jahren wird sie sich einzig und allein auf ihre Karriere konzentrieren. Da haben die Kinder natürlich noch ein bisschen Zeit. Ja. Meine Karriere steht für mich erst mal an oberster Stelle. Und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Ja. 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 Ja.